Willkommen zu einem neuen Video Rosalina Cup und wir starten mit unserem schönen Auto. So, Großstadt Fieber. Drei, Zwei, Eins, Go. Zack, 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 zack. Oh, da ist direkt hier. Boah, da steigt der rein Baller. Die erstmal weg. So. Zweiter Platz. Und den holen wir uns da vorne auch noch gleich mal. Hoffe ich doch mal. So, zack. Und überholt. So. Oh, die habe ich fast wieder. Mein Papa. So. So. Ach Mist. Wie ist dieses Dreck hier, ey. Zack, zack. Oh mein Gott. What is in Halo's. So. So. Was kommen wir. Was kommen wir hier noch? So. 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 7.551 Punkte. Zack. Oh, wieder ein neuer Rekord. Wahnsinn. Kommen wir jetzt zur Kalimari-Wüste. So. Zock, 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 zock. Ach, wir holen uns das. Gib mal Gas. Zock. Wieder eine Menge Hüpfer mit bei. Gas läuft. Hopp. Wollt hängen. Zack. Oh, zack, zack. Turbo. Zack, zack. Mal gucken, was war jetzt hier für eine Serie hinschwiegen. Die müssen wir nutzen, sonst war es das mit Serie? Oh, jetzt war es das mit Serie. Mann, ey. Hatte doch schon 31er Serie, Mann. Achten, was ihr seid. Nicht zu fassen. Zack. Zack, zack, zack. Und zack. Und puh. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir bei 26. 27 29 31 kommt immer hatte das noch genommen ach Mist hat nicht geklappt ja egal dann eben nicht macht 10.957 und gibt auch gar kein Rekord schade schon so viel okay kommen jetzt zu Luigis Mönchengen X und wir starten wieder 3 2 1 Ups vergessen zu drücken so ein Mist so hier hopp hopp oh ich hab noch ein schönes Item zack zang alle weggeklatscht oder nur einen keine Ahnung hopp ui ich hab noch hier Turbopilz zu ah tolles Turbopilz zu hat mir ja gar nichts gebracht ey oh hier rechts herum und über die hier oder auch nicht gut hier bin ich noch nicht entlang tadaaa hopp hopp oder eigentlich hätte mich hier fast abgeschossen mit seiner Feuerbälle ey ist ja nicht wahr ich bin jetzt weiter wo ist denn der erste hin ah aha guck mal ich seh ihn nicht Turbopilzchen wieder zack und nochmal helfe dem zu finden vielleicht oh no wo ist er ach da ist er guck dir das an hier und zack zack oh nee der Baum hat es aufgefangen ich glaub's nicht auuuu naja egal trotzdem neuer Rekord so dann haben wir jetzt noch hier die große Unfallfreiheit mal sehen ob wir das noch hinkriegen Hahahaha so die starten mit 3 Luftballons du 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 зoow jetzt aufpassen dann sind sieっぽig ich hoffe nicht dass sie mich jetzt gleich treffen bis jetzt noch nicht sind wir schon gekommen wahrscheinlich war es zu schnell oh no oh no oh no bis jetzt habe ich noch alle drei zu einer Frage der Zeit hier oh mein Gott ach da oh man ey warum mach ich denn da ja genau danke er hat ja nicht schöner laufen können super ey mit einem Luftballon also hier das Level ist echt mies ok macht nichts das war es mit diesem Video und wir sehen uns zum nächsten Cup wieder auf Wiedersehen ok 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 ok